Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spreche ich über Tabletop Crossover. Ja, ich muss sagen, das Thema Crossover, also Elemente von verschiedenen Universen, Spielen oder wie auch immer gearteten Sachen miteinander kombinieren und so ein bisschen überschränken miteinander, daher kommt ja das Wort Crossover, ist was, das ich sehr genieße bei anderen Formen von Unterhaltung. Also ich bin, wisst ihr vielleicht, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, ein sehr großer Comic-Fan, war das auch schon sehr lange, weil mein Vater auch sehr lange Comics gesammelt hat und da war das eigentlich schon immer eine große Sache. So diese Crossover-Geschichten, wo man teilweise von verschiedenen Comic-Serien Helden kombiniert hat, die sich dann getroffen haben, die gemeinsam Abenteuer erlebt haben. Eine meiner coolsten Erinnerungen von früher, ich weiß nicht, wie cool das tatsächlich war, war tatsächlich eine Serie, die gab es eine Zeit lang, ich glaube, das war in den 90ern, wo sich Marvel- und DC-Helden getroffen haben und gegeneinander gekämpft haben. Da gab es dann so eine Story, dass die irgendwie, dass es da so eine höhere Macht gibt, die diese beiden Universen gegeneinander antreten lässt und nur ein Universum kann überleben. Und am Schluss hat das dann aber dazu geführt, dass beide Universen verschmolzen wurden und dann gab es dann das Amalgam-Universum. Da hatte man dann so coole Sachen wie eine Mischung aus Wolverine und Batman, was halt der geilste Held aller Zeiten ist, Dark Claw, also quasi Batman mit Clown-Händen. Und verschiedene andere Elemente, es wurde dann, glaube ich, Captain America wurde mit Superman gekreuzt und diese ganzen Sachen, also waren richtig, richtig tolle Sachen dabei. Wie gesagt, ich erinnere mich da nur noch grob dran, ich habe die Comics leider auch nicht mehr, aber ich fand es damals tatsächlich ziemlich cool. Und genauso mag ich es zum Beispiel sehr, sehr gerne, bei Computerspielen Mods zu spielen. Also Sachen, wo das ursprüngliche Spiel irgendwie verändert wird. Und ganz besonders mag ich es da, wo tatsächlich ein Universum, dem das Spiel spielt, in ein anderes Universum gesetzt wird. Also ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Europa Universalis oder Crusader Kings Spiele. Das sind so Großmaßstab-Strategiespiele, wo man so ganze Zeitalter nachspielen kann. Und da gibt es zum Beispiel ein paar richtig coole Mods, wo dann ein anderes Universum da angebracht wird. Zum Beispiel eine Mod, die ich sehr gerne gespielt habe für Crusader Kings, war die Game of Thrones Mod. Weil die hat sich natürlich sehr, sehr angeboten. Bei Crusader Kings geht es ziemlich stark darum, dass man so ein bisschen so diese Familien hat, die sich gegenseitig befäden und man macht zwielichtige Sachen und ermordet die jeweilig anderen Kinder und so Sachen. Und das passt natürlich sehr gut für Game of Thrones. Und da hat sich jemand hingesetzt, hat die ganzen Namen und die Landkarte von Westeros, diese ganzen Sachen genommen und hat es da übernommen. Und genauso habe ich früher sehr, sehr gern gespielt Mount & Blade. Das ist so ein Mittelalter-Simulationsspiel, wo man durch die Gegend reitet und sich nach und nach so eine Kriegsbande aufbaut und mit denen dann ins Feld zieht und sich durch ein Königreich hocharbeiten kann und so weiter. Ist gerade auch eine Fortsetzung rausgekommen mit Bannerlord. Und da gab es auch ein paar richtig coole Modifikationen, wo du zum Beispiel in einem Herr der Ringe-Setting spielen konntest. Also da konntest du dann einen Elben oder einen Org oder irgendwas spielen und warst dann halt nicht mehr in dieser fiktiven Mittelalter-Welt unterwegs, sondern in der Welt von Mittelerde. Und so geht das eigentlich gerade weiter. Also ich finde es immer sehr, sehr cool, wenn man in Spielen irgendwie so ein bisschen mischen kann. Also wenn man tatsächlich was hat, das sehr gut funktioniert, sowohl Mount & Blade als auch Crusader Kings sind extrem gute Spiele und denen aber irgendwie noch mal was Neues hinzugibt, was wiederum cool ist und dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen extra Würze mit reinbringt. Und das hat mich zu der Idee gebracht, dass man sich da auch ein paar Gedanken mal machen könnte zum Thema Tabletop und inwieweit Crossover oder wie man das auch immer nennen will, wenn man keine Anglizismen benutzen will, dann kann man natürlich auch Vermischungen oder Überkreuzungen irgendwie, wie man das irgendwie anbringen kann im Tabletop-Kontext. Und mir sind da persönlich so auf die schnelle drei Hauptpunkte erstmal gekommen, die da greifen könnten. Die sind allerdings natürlich wie immer nicht vollständig. Ich habe da auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin natürlich wie immer auch darauf angewiesen, dass ihr mir da auch weitere ergänzende Beispiele bringt und Ideen bringt, die ihr dann in die Kommentare schreibt. Also so viel schon vorweg. Aber lass uns doch mal damit anfangen. Und zwar, ich glaube, das Einfachste, was man tatsächlich machen kann beim Tabletop, wenn man verschiedene Elemente aus verschiedenen Spielen miteinander verkreuzen oder vermischen will, und darum geht es ja im Prinzip dann auch in diesem Fall, wenn man über Crossover redet, dann geht es um die Szenarios. Weil das habe ich auch schon, glaube ich, mal vor einiger Zeit bei meinem AT43-Videos mal erwähnt gehabt, dass ich da zum Beispiel die Szenarios extrem gelungen finde. Also die sind vielleicht nicht immer perfekt ausbalanciert, aber sie sind extrem interessant. Einfach von der Art und Weise, wie Armeen aufs Spielfeld gebracht werden, wie bestimmte Ziele verfolgt werden, wie erzählerisch sie teilweise sind. Und ich finde, das ist was, das kann man ziemlich gut machen, dass man sich Szenarien aus einem Spiel hernimmt, die man sehr, sehr gut findet und die versucht, in einem anderen Spiel zu verwenden. Also jetzt, wenn wir mal weggehen von AT43, hätten wir das zum Beispiel beim Buch der Schlachten für Saga. Das ist so ein eigenes Szenario-Buch, wo es nur darum geht, dass verschiedene Missionen mit Missionszielen und verschiedenen Aufbau und so Sachen steht da alles drin. Das ist ziemlich umfangreich und da sind ein paar richtig coole Ideen für Missionen drin, auch für zum Beispiel Mehrspielerschlachten, wie die gehandhabt werden, die einfach extrem spaßig sind und die, wenig überraschend, relativ gut auf andere Spiele übertragbar sind, die vielleicht so Spaß machen, aber vielleicht auch mal mit einem neuen Szenario ganz gut klarkommen würden, weil nicht jedes Spiel kommt mit gleich einem riesen Batzen an coolen Szenarios und es ist manchmal auch echt schwierig, sich eigene Szenarios auszudenken, weil man will ja irgendwie dann doch eine ausgeglichene Spielerfahrung, dass alle Spaß haben und so und da lohnt es sich wirklich mal so ein bisschen sich umzuschauen, was andere Spiele da so zu bieten haben und halt so ein bisschen Crossover zu betreiben und das kann man eigentlich beliebig weit treiben. Man kann natürlich ganze Kampagnenregeln zum Beispiel übertragen von einem Spiel aufs andere und Story-Szenarien, kompetitive Szenarien. Das Einzige, was man da wahrscheinlich ab und zu mal machen muss, ist zu schauen, ob die Art und Weise, wie zum Beispiel Punkte generiert werden, ob die da überhaupt funktionieren, weil wir haben zum Beispiel bei Saga eine sehr spezielle Art und Weise, wie Einheiten gewertet werden, wie viele Punkte die wert sind. Das muss man vielleicht für ein Spiel wie Age of Sigma oder keine Ahnung, Warmer 40k oder sowas oder Star Wars Legion, muss man das vielleicht ein bisschen anpassen. Genauso, wenn man zum Beispiel Missionen aus Star Wars Legion benutzen will, wo man dieses Kartendeck hat, wo man nach und nach Missionsziel, Sonderbedingungen und Aufstellung auswählt. Das finde ich eine super coole Art und Weise, Missionen zu generieren und das könnte man natürlich auch genauso für andere Spiele machen. Muss dann vielleicht einfach mal schauen, ob man auch überall dieselben Wertungssachen benutzen kann. Also ob alles eins zu eins übertragbar ist, aber in den meisten Fällen ist das schon der Fall oder es ist ganz einfach, das auch tatsächlich zu machen. Also das wäre der erste Punkt, wo ich sagen würde, da ist Crossover eigentlich gar kein Problem und kann, glaube ich, auch sehr, sehr gewinnbringend sein. Und der zweite Punkt, das ist tatsächlich was, da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil da sind wir dann schon, ja, so bei den Hausregeln angekommen. Und darum geht es, glaube ich, auch sehr, sehr viel, wenn man darüber spricht, wenn man Spiele miteinander vermischt, wenn man Crossover betreibt, dann geht es sehr schnell in die Hausregelrichtung. Und das ist was, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich tatsächlich sehr glücklich mit dem Tabletop-Hobby, dass das da so ohne Probleme möglich ist, sofern der Gegner einverstanden ist. Weil ich habe ja gerade am Anfang gesagt, ich bin ein großer Fan von Mods für Computerspiele. Also ich genieße das mega, irgendwie neue Mods auszuprobieren. Aber eine Sache, die ich halt bisher nie hinbekommen habe, außer jetzt beim Tabletop-Simulator, und da reden wir dann am Schluss dann nochmal kurz drüber, ist tatsächlich eigene Mods zu bauen. Also wirklich ein Spiel selber in der Art und Weise anzupassen, wie ich es gerne haben will. Weil da fehlen mir einfach die technischen Kenntnisse dafür. Ich kann nicht programmieren, mir fehlen einfach die Grundkenntnisse. Fehlen mir da einfach. Und klar, es gibt so ein paar Spiele, die sehr einfache Baukästen anbieten, wo man dann seine eigenen Modifikationen durchführen kann. Aber oft braucht man auch da gewisse, zumindest Skripting-Kenntnisse oder man braucht vor allem sehr, sehr viel Geduld. Und die habe ich nicht immer, muss ich auch dazu sagen. Beim Tabletop ist es aber ganz anders, weil alles, was man da erstmal braucht für eigene Regeln, ist Kreativität. Und da muss man nicht coden können. Man muss auch nicht der absolute Mega-Spieldesigner sein, sondern man braucht vor allem erstmal eine Idee und man braucht ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel, das man da spielt. Weil man dann einfach selber rauskriegt, okay, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen anpassen, um den Spaß noch ein bisschen zu erhöhen. Und man braucht natürlich einen Gegner, der bereit ist, das mit einem auszuprobieren. Das ist ganz klar. Aber ein Hindernis, das man da oft hat, ist, wenn man wirklich so aus dem Nichts heraus neue Regeln, neue Mechaniken, irgendwelche Sachen einbauen will in ein Spiel, dann hat man gerne mal so ein bisschen das Problem, dass es dann doch ein bisschen schwieriger ist, als man denkt. So die Regeln schön auszubalancieren, dass es auch wirklich funktioniert und dann wirklich auch so richtig auszutarieren, dass es alles klappt. Und der Vorteil, der dann beim Crossover wieder entsteht, ist, dass man hingehen kann und einfach eine Mechanik, die in einem anderen Spiel funktioniert, einfach nehmen kann und in dieses Spiel, das man gerade spielt, übertragen. Das ist so, weiß nicht, am besten erkläre ich das, glaube ich, an einem Beispiel. Ich habe vor kurzem, oder das ist schon wieder ein bisschen her, Star Wars Legion gespielt. Und ja, da werden jetzt gleich wieder einige schreien, der Spielbericht kommt diesen Freitag. Ich verspreche es hoch und heilig. Ich habe es jetzt schon irgendwie 50.000 Mal verschoben, aber ich verspreche euch, der Spielbericht kommt am Freitag. Nur so viel dazu. Aber ich finde, Star Wars Legion ist ein unfassbar elegant designtes Spiel, das einfach ein paar Mechaniken benutzt, die Spaß machen und die extrem sinnvoll sind, besonders für ein Spiel, das potenziell auch mal ein paar mehr Figuren auf dem Feld haben kann. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel so viele Figuren hat, wie zum Beispiel ein großes 40K oder Age of Sigmar Match, aber es sind schon ein paar Einheiten zum Beispiel auf dem Feld. Man bewegt nicht nur Einzelmodelle, sondern eben auch Einheiten. Und eine Sache, die bei Star Wars Legion, finde ich, extrem gut gelöst ist, ist die Art und Weise, wie Formationen und Sichtlinien und solche Sachen funktionieren. Weil letzten Endes zentriert sich bei dem Spiel alles immer um eine einzige Figur und das ist der Anführer der Einheit. Und eigentlich sämtliche Aktionen, die durchgeführt werden, sowie Sichtlinien und sowas, werden immer vom Anführer in einer Einheit gemessen. Die anderen Modelle, die präsent sind, sind nur relevant, wenn es darum geht, welche Waffe feuern kann auf den Gegner. Also wenn ein Modell komplett verstellt ist und keine Sichtlinie auf ein anderes Modell hat, dann kann es auch nicht feuern. Aber alles andere wird tatsächlich über den Anführer gemessen. Und so funktioniert zum Beispiel auch Bewegung ganz anders, wie man das von anderen Spielen kennt. Man bewegt diesen einen Anführer, da muss man dann mit der Schablone, die da dabei ist, die Figur bewegen und dann hat dieser Anführer eine Kommandoreichweite, die man nachmessen kann und sämtliche anderen Modelle der Einheit werden einfach innerhalb dieser Kommandoreichweite platziert. Und dabei ist es tatsächlich völlig egal, wie weit sich dieses Modell tatsächlich bewegen hätte können. Solange der Anführer sich die korrekte Distanz bewegt hat, können die anderen Modelle irgendwo platziert werden, wo es halt irgendwie passt. Und das für jeden, der mal irgendwie so eine richtig große Armee übers Spielfeld geschoben hat, gerade in einem Spiel wie Warmer 40k, der wird das kennen, diese Situation, dass es einfach extrem mühselig ist, wenn man immer jedes einzelne Modell abmessen muss. Und viele von uns sind schon lange dazu übergegangen, dass man da eher so ein bisschen Pi mal Daumen arbeitet und dass man sagt, okay, ja, wenn ich jetzt dieses Modell nach vorne bewege, das hat sich jetzt die vollen 6 Zoll bewegt, das heißt, wenn ich die anderen jetzt ungefähr die Reichweite bewege, dann sollte das alles passen. Und meistens sind auch die Gegner damit einverstanden, weil das einfach das Ganze deutlich beschleunigt und weniger kompliziert macht. Aber so eine mechanische, regeltechnische Lösung, wie das eben bei Star Wars Legion der Fall ist, finde ich extrem spannend, weil es auch hier einfach bestimmte Sachen eleganter und schöner darstellt. Also das beschleunigt bestimmte Prozesse, es hilft einem so ein bisschen, die Einheiten ein bisschen glaubhafter aufzustellen und auch ein bisschen natürlicher aufzustellen. Es hilft gegen so seltsame Sachen wie die typische Age of Sigma Conga-Line oder Warmer 40k Conga-Line, die man ganz gerne mal hatte, gerade in der Vergangenheit. Mittlerweile ist es ja dadurch, wie bestimmte Sonderfähigkeiten und sowas funktionieren, ein bisschen besser geworden, aber man hatte in der Vergangenheit sehr oft, dass man Einheiten komplett in so einer ewig langen Reihe aufgestellt hat, wo eine Figur immer neben der nächsten gestanden ist, weil man dadurch die Buffs oder Aufwertungen, die die Einheit durch andere Modelle bekommen hat, maximieren konnte, weil immer bloß ein Modell in Reichweite sein musste und das war spieltechnisch sinnvoll, hat aber furchtbar ausgesehen, finde ich, und hat einen ziemlich rausgerissen auch aus dem Ganzen. Und gerade als jemand, der früher Imperiale Armee gespielt hat bei Warhammer 40k, mich hat das immer extrem gestört, dass ich meine Einheiten nie wirklich so aufstellen konnte, wie ich es gerne wollte, so wie sie schön ausgesehen haben, sondern immer irgendwie so seltsam auseinandergezogen und über das ganze Spielfeld verteilt, weil das halt einfach spieltechnisch sinnvoller war. Und wenn man sowas regeltechnisch abdeckt, ist das gar kein Problem, dann hat man letzten Endes beides. Und das hat mich auf die Idee gebracht, das könnte man ja theoretisch so ein paar Grundprinzipien von dieser Bewegungsmechanik oder dieser Einheitenmechanik könnte man auch auf andere Spiele übertragen. Ich weiß, dass zum Beispiel AT43 auch eine ähnliche Art und Weise hat, wie Einheiten gehandhabt werden, aber sowas könnte man natürlich auch mitspielen wie Warhammer oder Age of Sigmar oder anderen Spielen benutzen. Und das ist nur ein Beispiel. Was ich zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, ist, dass ich die Geländeregeln aus der zweiten Edition von War Machine übernommen habe in Warhammer 40k. Da hatten wir dann zum Beispiel, wenn wir große Ruinengebäude und sowas hatten, das war immer ein Riesenkrampf, die Einheiten da irgendwie rein zu platzieren und dann hat man halt immer darauf geguckt, dass auch ja, irgendwie jedes Modell eine Sichtlinie auf den Gegner hat, aber gleichzeitig verdeckt war, damit es auch tatsächlich Deckung kriegt und so. Und das ist was, klar, das sieht nachher auch ganz schick aus, wenn man dann die Figuren schön in der Ruine verteilt hat, aber es ist auch unfassbar fitzelig und aufwendig und zeitraubend und Zeit ist halt oft was, das man nicht unbedingt unbegrenzt hat. Und da haben wir dann damals gesagt, okay, wir benutzen jetzt die War Machine-Regeln, wir handhaben jetzt zum Beispiel diese Ruine, die hier steht, einfach als eine zweidimensionale Fläche. Also wir hatten natürlich trotzdem das 3D-Gelände und wir haben einfach gesagt, weil bei War Machine ist es so, da spielt man ja sehr viel mit 2D-Gelände. Das hat auch einen Grund, weil es da sehr um Präzision geht und so. Und da ist es so, man hat ein Gelände und wenn ein Modell in diesem Gelände drinsteht, dann hat es Deckung. Es ist völlig egal, ob jetzt da quasi eine echte Sichtlinie besteht zwischen dem Modell, das zum Beispiel auf das Modell schießt oder nicht, sondern es geht nur darum, dass das Modell sich in diesem Geländestück befindet und solange es sich 3 Zoll, also näher als 3 Zoll vom Rand des Geländes aufhält, kann es auch gesehen werden und kann auch nach außen sehen. Das heißt, wenn sich ein Modell weiter als 3 Zoll in einem Geländestück drin befindet, dann ist es nicht sichtbar für den Gegner und es kann aber auch den Gegner nicht sehen, der eben auf der anderen Seite steht. Und das ist eine sehr abstrakte Regel und das ist bestimmt auch nicht jedem super recht, aber ich persönlich finde das eine sehr schöne Lösung, weil es führt letzten Endes dazu, dass man ganz klare Verhältnisse schafft. Das heißt, wenn ich gerne möchte, dass meine Einheit in diesem Gebäude in Deckung geht, aber trotzdem auf Gegner feuern kann, dann kann ich das super einfach gewährleisten, indem ich die einfach so da reinbewege, dass sie alle innerhalb von 3 Zoll vom Rand stehen. Und dann kann ich auf den Gegner schießen, außerhalb dem Geländestück, aber der Gegner kann auch auf mich schießen. Auf der anderen Seite, wenn ich gerne meine Einheit verstecken will in diesem Geländestück, also wenn ich nicht möchte, dass die gesehen werden und dass sie angegriffen werden können, zumindest nicht, wenn der Gegner nicht rankommt, näher drankommt, dann kann ich die auch so aufstellen und es kommen keine Diskussionen auf, weil, oh, ich sehe aber hier noch den Zipfel von deiner Waffe und hier sehe ich noch deine Mütze und hier sehe ich den unteren Rand von deiner Base. Das heißt, auf die Modelle kann ich schießen, auch wenn sie Deckung haben. Und das sind einfach so, das schafft einfach klare Verhältnisse. Das finde ich eine super elegante Lösung und funktioniert tatsächlich auch, finde ich, sehr gut mit 3D-Gelände, weil man letzten Endes, wenn man das Ganze als 2D-Ebene behandelt, man kann ja immer noch sagen, dass man mehrere Ebenen hat, die man auch noch erreichen kann, aber in jeder Ebene gilt quasi die gleiche Regel, dass man immer nur 3 Zoll reinschauen kann in das Gelände und nicht weiter. Und genauso war dann auch die Regel immer, dass man durch ein Geländestück, das dann halt auch sehr stark abgegrenzt ist, also wo beginnt das Geländestück, wo hört es auf. Durch ein Geländestück kann man nie komplett durchschauen, egal wie dick es ist. Das heißt, wenn sich eine Einheit hinter einem Geländestück aufhält, das eben Sichtlinie blockiert, das muss man dann halt vor dem Spiel definieren, dann kann es nicht gesehen werden, egal ob noch so ein kleines Zipfelchen von dem Modell sichtbar ist oder nicht. Weil wir gehen einfach davon aus, ich sage, es ist eine sehr abstrakte Sache, aber gleichzeitig ist es dadurch auch realistischer, weil warum sollte dieser eine Typ, der so wahnsinnig heroisch auf seiner Base steht, die ganze Zeit so stehen? Ich glaube, wenn der nicht beschossen werden will, dann geht der auch in Deckung und duckt sich ein bisschen runter. Und es gibt zum Beispiel bei 40K keine Regeln für Ducken. Das heißt, dann kann man das auch abstrakter lösen, weil wir gehen davon aus, dass sie sich schon ab und zu mal ducken, die Leute. Und so kann man das natürlich beliebig weiter treiben. Also im Prinzip geht es darum, man nimmt sich Regeln aus einem Spiel, die man selbst einfach geschickt, elegant, gut gelöst findet und wendet sie direkt auf ein anderes Spiel an. Und das ist, das kann extrem gut funktionieren, das muss aber natürlich nicht funktionieren, weil oft Spiele um bestimmte Mechaniken herum balanciert sind. Und wenn man diese Mechaniken aushebelt, dann kann es sein, dass bestimmte Armeen zum Beispiel stärker werden als andere. Das heißt, das ist auch so ein Punkt, da ist es extrem wichtig, dass man das ausprobiert und auch so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, kippt das jetzt die Spielbalance, wenn wir das jetzt so spielen? Und natürlich super wichtig, dass man das mit seinem Gegner abspricht, weil wenn der Gegner nicht einverstanden ist mit der Sache, dann hat man letzten Endes den größten Vorteil schon wieder ad absurdum geführt, den das Ganze hat, nämlich, dass man das Spiel besser macht, weil dann macht man nur das Spiel für sich selbst besser und nicht für den Gegner. Und letzten Endes, selbst wenn er dann so, ja, okay, meinetwegen machen wir halt, das gibt dann keine gute Spielerfahrung letzten Endes. Dann spielt man lieber so weiter, wie man es gewohnt ist. Aber grundsätzlich kann ich dann nur dazu raten, gerade wenn ihr mehrere Spiele spielt, guckt euch mal so ein bisschen um, was gibt es denn für Mechaniken, Ideen, die man gut auf meine anderen Spiele anwenden kann. Ein paar weitere Beispiele, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, wären zum Beispiel die Art und Weise, wie Modelle aktiviert werden. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gern hab, ist, dass man vor einem Spiel entscheiden muss, in welcher Reihenfolge man seine Modelle aktiviert. Das hab ich jetzt zuletzt bei meinem Warcry-Solo-Regeln hab ich das so ein bisschen angebracht. Spiele wie Summoners benutzen das zum Beispiel oder Eden the Game, dass du so ein Kartendeck hast mit Aktivierungen, wo du eben vor dem Spiel entscheiden musst oder vor der Runde entscheiden musst, wie viele oder in welcher Reihenfolge deine Einheiten aktivieren. Und das bringt ein sehr interessantes taktisches Element rein und es lässt sich ohne weiteres auch auf andere Spiele anbringen, die das nicht haben. Also da spricht eigentlich gar nichts dagegen. Und genauso dieses Thema aktiviert man komplette Armeen auf jeder Seite oder aktiviert man abwechselnd Modelle. Das ist sowas, da scheiden sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Geister. Ich bin definitiv ein großer Fan und Befürworter der Option, man aktiviert abwechselnd Modelle, weil es in den meisten Fällen viel taktischer ist und ich kann euch nur raten, probiert diese Art der Aktivierung mal aus in einem Spiel, das eigentlich komplette Armeen aktiviert abwechselnd. Ich habe mal ein, zwei Mal Warhammer 40k gespielt und ich weiß, ich nenne gerade ständig als Beispiel 40k, aber das ist halt das Spiel, wo ich immer am meisten das Gefühl hatte, dass man ein bisschen dran rumdoktern muss, damit es noch spaßiger wird. Aber grundsätzlich haben wir es da so gemacht, wirklich, wir haben ein normales 40k Match gemacht, aber wir haben es so gemacht, dass man abwechselnd seine Einheiten aktiviert. Also im Prinzip so wie es bei Kill Team dann nachher gelöst ist, da ist es ja auch so, wir haben das dann trotzdem in Phasen gehalten, das heißt, man hat erst die Bewegungsphase, dann die Schussphase, Nahkampfphase und so weiter, bloß, dass man halt nicht immer seine ganze Armee aktiviert, sondern man aktiviert einfach bloß eine Einheit. Und plötzlich ist das Spiel ein komplett anderes und es fühlt sich so viel taktischer an, wenn man sich entscheiden muss, okay, aktiviere ich jetzt zuerst hier diese eine Einheit, die hier chargen kann, weil dann kann der Gegner darauf reagieren oder bringe ich mich erst in Position, warte ich erst mal, was mein Gegner aktiviert, greife ich eine Einheit an, die schon aktiviert ist oder die noch nicht aktiviert wurde und so weiter und so weiter. Also da muss man plötzlich viel mehr Entscheidungen treffen und ich bin immer noch der Meinung, das funktioniert extrem gut. Das macht die Spiele ein bisschen länger, weil man dazu tendiert, länger zu überlegen, aber ich würde es euch trotzdem mal raten, auch das mal auszuprobieren bei Spielen, bei denen das normalerweise nicht der Fall ist, weil in den meisten Fällen ist das auch sehr, sehr einfach umsetzbar. Das ist nur so als ein paar weitere Beispiele und das könnte man natürlich ewig weiter treiben. Ihr könnt da auch sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was so Kernmechaniken von Spielen sind, die ihr gerne auch in anderen Spielen sehen würdet oder vielleicht habt ihr das auch schon mal ausprobiert oder so. Macht das gerne, das würde mich mega interessieren und vielleicht finde ich ja auch mal noch so ein paar Ideen, Mechaniken, die ich selber mal ausprobieren kann in meinen Spielen. Das würde mich echt freuen. Und Punkt drei, da wird es dann eigentlich am schwierigsten, aber irgendwie auch am spaßigsten. Und das ist was, dass ich im Computerspiel-Mod-Bereich nennt man das eine Total Conversion. Also sowas, wie ich am Anfang beschrieben habe, man nimmt ein komplettes Universum und packt das in dieses Spiel rein. Man nutzt die Mechaniken des Spiels, aber man schiebt dieses komplette Universum in das Spiel rein. Und das ist was, das habe ich in letzter Zeit öfters mal mir überlegt, weil ich habe relativ oft jetzt so offenere Spiele gespielt, also sowas wie Hardwired oder Saga. Das sind ja alles Spiele, die eigentlich ein sehr offenes Regelsystem haben, wo man beliebige Figuren zum Beispiel benutzen kann und wo man auch sehr kreativ selbst das Setting so ein bisschen bestimmen kann. Die haben natürlich ihre eigenen Settings, Saga hat sowohl Fantasy als auch so ein bisschen Antik, Mittelalterlich, wie auch immer als Setting, aber letzten Endes, wo, wann, in welchem Kontext es spielt, welche Figuren man benutzt, das kann man alles selber entscheiden. Und dafür sind ja solche offenen Regelsysteme auch bekannt und auch sehr beliebt, aber was ich mir überlegt habe, ist, warum man denn nicht auch dasselbe machen kann mit etablierten Systemen, mit festen, geschlossenen Systemen. Und da ist mir auch gerade Star Wars Legion zum Beispiel als großes Beispiel gekommen, weil ich mir überlegt habe, ich finde tatsächlich das Star Wars Legion Regelsystem einfach extrem gelungen. Ich finde es richtig gut gemacht, das macht extrem Spaß zu spielen, es ist sehr elegant gelöst, es ist garantiert nicht perfekt, aber es ist in sich einfach eine sehr, sehr runde Erfahrung. und ich mache mir auch öfters Gedanken dazu, gerade bei solchen Franchise-Spielen wie Star Wars Legion und zu dem Thema Franchise-Spiele soll ich eigentlich auch mal noch ein Video machen, ist für mich immer die große Frage, wenn man dieses ganze bekannte Franchise-Ding rausnimmt, also wenn man aus Star Wars Legion zum Beispiel das Star Wars rausnehmen würde, wäre es dann immer noch ein gutes Spiel. Genauso das Thema Song of Ice and Fire, wenn man aus dem Spiel dieses Song of Ice and Fire Thema rausnehmen würde und das als generisches Fantasy-Setting oder irgendein anderes Setting nehmen würde, wäre es dann immer noch ein gutes Spiel. Und in beiden Fällen ist für mich persönlich die Antwort tatsächlich ja. Das wären immer noch richtig gute Spiele. Und dann ist für mich eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt zu der Frage, könnte man nicht tatsächlich einfach zum Beispiel ein anderes Science-Fiction-Setting Spielen mit den Star Wars Legion-Regeln oder könnte man nicht auch ein anderes generischeres Fantasy-Setting spielen mit den Song of Ice and Fire Regeln. Weil das ist auch letzten Endes ist es natürlich auch eine Art von Crossover, die man da betreibt und ich finde es eine sehr, sehr spannende Geschichte, die aber auch extrem aufwendig sein kann, weil da hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist, dass man mehr oder weniger Proxys spielt, also dass man hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte Warhammer 40k spielen im Star Wars Legion-Universum, mit den Star Wars Legion-Regeln, sorry. Das heißt, dann könnte ich hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Einheit von, keine Ahnung, fünf Space Marines. Welche Armee, welche Fraktion würde da denn am besten passen? Und dann sage ich einfach, okay, also völlig bescheuert, weil es passt nicht wirklich, aber sagen wir mal, ich möchte gerne Space Marines als Stormtrooper spielen oder vielleicht ein bisschen passender, ich möchte gerne imperiale Gardisten von Warhammer 40k als Stormtrooper spielen. Dann sage ich einfach, die gelten jetzt als Stormtrooper, fertig. Da kann man dann sich noch irgendwie mit ein paar Grafikprogrammen, kann man sich dann eine eigene Karte basteln, muss man aber nicht wirklich, man übernimmt einfach sämtliche Stats, man übernimmt die Grundregeln der Armee, guckt, was einem an Figuren da passen in dieses Ganze und proxt quasi. Also man spielt ein Proxyspiel mit anderen Figuren, aber immer noch mit den gleichen Regeln, mit den gleichen Statkarten und so weiter. Das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, aber natürlich auch die bei weitem eingeschränkteste, weil man hat es ja schon gemerkt, das Space Marine Beispiel, zum Beispiel, wen könnte ich als Space Marine verwenden in dem Fall? Also ich könnte, keine Ahnung, die Superdroiden vielleicht bei den Separatisten, aber die haben auch noch so ein paar andere Regeln, die überhaupt nicht zu Space Marines passen, zum Beispiel, diese KI-Regeln und so. Und das sind Sachen, also da kommt man sehr, sehr schnell an seine Grenzen einfach. Und da kommt dann der Punkt, wo man dann anfängt, vielleicht eigene Stats und Statkarten und Regeln und sowas zu schreiben. Und das ist natürlich recht aufwendig. Ich habe das schon erlebt, dass Leute das zum Beispiel bei dem alten Marvel Miniatures Game von Night Models das gemacht haben, beziehungsweise das ist ja jetzt das DC Miniatures Game und auch da ist Crossover ohne Probleme übrigens möglich. Man kann einfach DC gegen Marvel spielen. Funktioniert ganz wunderbar, wenn man die Figuren noch hat. Aber da sind zum Beispiel sehr viele Leute hergegangen und haben diese Basisformel, wie die Helden bei diesem Miniaturenspiel gemacht wurden, also wie die Stats verteilt werden, was die für Fähigkeiten haben und sowas, das ist alles sehr, sehr klar gelöst bei dem Spiel und die haben da einfach andere Figuren und andere Helden und sowas für benutzt, die haben dann irgendwelche Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball, ich sage mal Dragon Ball, damit mich niemand umbringt oder verschiedene Heldenuniversen, ich habe Star Wars gesehen, ich habe auch gesehen, dass Leute Space Marines zum Beispiel, der Alex, mit dem ich ab und zu mal gespielt habe, hat eine Space Marine Regeln geschrieben für das Marvel Miniatures Game, einfach indem er denen so ein paar Charakterwerte gegeben hat, die irgendwie sich logisch angefühlt haben, also man nimmt da ja meistens, also meistens geht man dann so vor, dass man guckt, okay, was sind denn so die Basis Stats, die man hat, man guckt, welches Modell aus der bestehenden Miniaturenreihe hat die menschlichsten Regeln, ja, und Werte und davon geht man dann aus, das heißt, wenn ich jemanden dann habe, der ein bisschen stärker ist, dann gebe ich dem halt ein bisschen mehr Stärke, jemand mit mehr Panzerung, gebe ich mehr Panzerung und dann überlege ich mir, was könnte der denn für Sonderregeln oder für Sonderfähigkeiten haben und sowas und dann setzt man das einfach um und auf dieser sehr einfachen Ebene kann man das wunderbar machen, ich habe das auch schon bei Warcry zum Beispiel gesehen, wo Leute einfach hingegangen sind und Regeln geschrieben haben für ihre bestehenden Warhammer Fantasy oder Age of Sigma Figuren, die noch keine Warcry Regeln haben, einfach weil die Regeln sehr, sehr einfach sind bei Warcry und es sehr einfach ist, auch das einfach umzusetzen, indem man einfach auch so die Basis-Stats hernimmt und dann hier und da mal ein Plus oder ein Minus dazu gibt und vielleicht noch eine Sonderregel sich überlegt für einen Pasch oder einen Triple oder sowas und dann hat man eigentlich schon ganz gute Regeln für die Figuren. Habe ich zum Beispiel in meinen Solo-Regeln auch vorgeschlagen, dass man im Prinzip ja nicht gegen eine andere Bande kämpfen muss, sondern man könnte sich zum Beispiel auch einfach Regeln schreiben für eine Zombie-Horde für Warcry, dass man einfach anhand der Warcry-Regeln sich überlegt, was für Stats hätte denn ein normaler Zombie, der hat dann keine Sonderfähigkeiten, sondern der agiert dann halt ganz normal auf dem Spielfeld oder so. Also das kann man alles machen und auf dieser einfachen Ebene ist das natürlich auch gut machbar. Wo es dann schwierig wird, ist A, wenn man es wirklich balanciert haben will, also wenn man wirklich anfängt, okay, man müsste eigentlich denen auch Punkte geben, damit man dann auch eine richtige Armee draus bauen kann oder wenn man halt wirklich auch eine richtige volle Fraktion machen will. Also wenn ich jetzt hingehen will und sagen, okay, ich möchte gern im Warhammer Fantasy Setting Song of Ice and Fire spielen und ich möchte nicht einfach bloß die bestimmte Armeen proxen, sondern ich möchte meine eigenen Regeln schreiben, dann ist man so richtig schon im Game Design drin, weil dann muss man anfangen mit dem Balancing, dann muss man gucken, okay, wie viele Punkte kriegen die, ist diese Einheit nicht zu mächtig, kippt die nicht eventuell das Spiel, kann man diese Fähigkeit zu sehr ausnutzen und so weiter. Es ändert aber nichts daran, dass es eine super spaßige Idee ist, das zu machen, einfach weil es eine wunderbare Übung, glaube ich, ist, wenn man sich sowieso ein bisschen mit Spieldesign auseinandersetzen will, dann ist es erst mal für den Anfang einfacher, so ein bisschen ja, das Rad einfach nicht neu zu erfinden, weil grundsätzlich gehen viele von uns ja, wenn wir ein Spiel machen wollen, wenn wir die Idee haben, hey, ich würde gern ein Spiel machen, möchte man gern halt alles neu machen, man möchte ja irgendwie, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch das, nachdem ich immer suche, wenn ich ein neues Spiel mir anschaue, was ist denn hier so der Kniff, was ist denn hier so der Catch, was macht dieses Spiel neu, was ich nicht schon mal so gesehen habe und das ist eine riesen coole Ambition, wenn man das hat und auch super toll, wenn es ein Spieldesigner hinkriegt, ein Spiel zu machen, das einzigartig ist in seinen Mechaniken, aber ich glaube, niemand fängt so an und ich glaube, eine wirklich tolle Übung, die man mal ausprobieren kann, wenn man tatsächlich sich tiefer irgendwie begeben will in dieses ganze Thema Game Design, ist, dass man einfach hingeht und sagt, ich nehme jetzt mal ein bestehendes Spiel und transportiere das in ein anderes Setting, das heißt, man hat die funktionierenden Grundmechaniken schon, das heißt, man muss sich da keine Gedanken drüber machen, sondern ich entwerfe jetzt einfach eine neue Fraktion für dieses Spiel und man könnte ja zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt diese Fraktion und die sollte auch möglichst gegen die anderen Fraktionen, die schon existieren in dem Spiel, antreten können. Das ist ja auch eine coole Sache. Stellt euch mal vor, irgendwie, ihr habt eine Lannister-Armee, die gegen eine Imperiums-Armee spielt oder gegen eine Zwergen-Armee oder ihr habt eine Separatisten-Armee oder eine Klon-Armee, die gegen eine Space-Marine-Armee spielt. Wolltet ihr das nicht schon immer irgendwie mal? Also, ich meine, ich habe früher mal so einen Podcast gehabt, Geek vs. Geek hieß der, da ging es eigentlich nur darum, dass wir diskutiert haben darüber, wie fiktive Charaktere gegeneinander bestehen würden und da waren so Sachen wie Star Wars gegen Star Trek oder Star Wars gegen Warmer 40k oder Horus Luperkall gegen Dr. Evil und das sind alles so Sachen, das ist so ein bisschen dieses nerdige Rumgedenke, aber sowas mal tatsächlich umsetzen zu können auf dem Tisch, wäre halt auch ziemlich cool und klar kann man das immer machen mit offenen Regelsystemen. Ich habe gesehen, der Richard von Richards Taverne hat da schon ein paar ganz coole Sachen im Tabletop-Simulator gemacht mit Saga Age of Magic, aber es ist natürlich noch cooler, wenn die Armeen dann halt doch auch so diesen diesen eigenen Flair haben, den sie halt nur bekommen, wenn man die Regeln für die auch wirklich, wenn man denen die Regeln auf den Leib schreibt sozusagen, also wenn ein Space Marine sich wirklich benimmt und spielt wie ein Space Marine und eine Imperiumsarmee halt funktioniert wie eine Imperiumsarmee und das sind so Sachen da, also es ist eine riesen Herausforderung, sowas gut hinzukriegen, aber ich finde, es ist auch eine sehr spannende Idee, der ich gerne mal folgen würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Und die habe ich aber leider aktuell nicht, weil ich bin zu sehr damit beschäftigt, Videos zu produzieren, aber vielleicht habt ihr ja für sowas mal Zeit und vielleicht habt ihr auch für sowas mal Lust oder habt das vielleicht schon mal gemacht. Ich meine, vielleicht habt ihr auch einfach für, keine Ahnung, habe ich auch schon früher Leute auch gesehen und getroffen und mit denen gesprochen, die zum Beispiel für Warmer 40K ihre eigenen Hausregeln für ihren eigenen Space Marine Orden zum Beispiel geschrieben haben. Das ist ja dann im Prinzip auch nichts anderes. Man benimmt bestehende Mechaniken und setzt da ein paar Regeln drauf und mich würde das echt mal interessieren, ob ihr da schon Erfahrungen mit habt, wie eure Erfahrungen waren. Kennt ihr vielleicht Leute, die das machen? Habt ihr das selber schon mal gemacht? Habt ihr da Ideen dafür, wie man das macht? Genauso natürlich die Frage gilt von dem Punkt davor auch. Habt ihr schon mal irgendwie euch Gedanken gemacht, Regeln, Mechaniken oder auch Szenarien von anderen Spielen oder von einem Spiel ins andere zu übertragen? Und schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich mega freuen und würde mich auch sehr, sehr interessieren. Und ja, das ist eigentlich nur mein Anliegen gewesen, weil ich komme leider in vielen Fällen nicht so sehr dazu, solche Sachen tatsächlich umzusetzen. Bei mir ist es immer nur so ein Gedankenspiel, aber vielleicht kommt ja von euch jemand dazu und dann würde es mich mega freuen, wenn ihr eure Erfahrungen darüber teilen würdet. Und apropos Erfahrungen teilen, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich habe in meinem letzten Videolog so nebenbei erwähnt, dass ich es ganz cool fände, wenn ihr mal so ein bisschen in den Kommentaren auch nicht nur mit mir, sondern miteinander interagieren würdet. Und das hat mega gut geklappt. Also ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe trotzdem überall irgendwie mitgeschrieben, aber ich bin teilweise auch echt schmunzelnd da gesessen und habe gesehen, wie ihr so miteinander schreibt und aufeinander antwortet. Und ganz ehrlich, vielen Dank. Das hat mir so richtig so ein bisschen das Herz erwärmt. Und bitte macht es auch nicht nur unter diesem einen Video, sondern macht es weiter. Beantwortet euch gegenseitig Fragen, schreibt zueinander Kommentare, seid nett zueinander, helft euch so ein bisschen untereinander. Das fände ich super toll, weil dann habe ich auch das Gefühl, dass ich noch ein bisschen mehr auch geleistet habe, weil ich noch ein bisschen mehr Leute miteinander in Kontakt gebracht habe. Und das ist immer eine schöne Sache, wenn man das Gefühl hat, dass man so etwas beiträgt. Und ich wollte, bevor ich jetzt noch gleich hier Schluss mache, noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Ich habe nämlich für The Drowned Earth, das Miniaturenspiel, habe ich auch schon Spielberichte dazu gebracht, habe ich für eine Online-Convention, die am letzten Wochenende gelaufen ist, die PadmoCon, ja, also eine komplette Online-Tabletop-Convention, die über Discord gelaufen ist, da habe ich ein Tabletop-Simulator-Modul gebaut. Also ich habe komplett mit Miniaturen beziehungsweise mit Grafiken, die mir der James von The Drowned Earth zur Verfügung gestellt hat, habe ich dieses Modul gebaut mit Gelände, mit einem Tisch, es sind Figuren drin von den Artifekters und der Firm und den Wayfarern und es kommen auch noch die weiteren Fraktionen dazu, da ist James gerade nur am Schauen, dass er mir die passenden Grafiken dazu zur Verfügung stellt, dann baue ich die auch noch ein und das heißt, das Spiel kann man jetzt mit dem Tabletop-Simulator, wenn man den hat, komplett kostenlos, also bis auf den Preis, den der Tabletop-Simulator kostet, aber ganz ehrlich, da ist es echt wert, also kauft den euch, dass es wirklich so günstig habt ihr noch nie so viel Tabletop gehabt, glaubt mir, und da kann man das dann einfach spielen, das ist ganz offiziell freigegeben von James, also ihr braucht auch keine Sorge haben, dass ihr da irgendjemand irgendwas halblegales oder illegales macht, das ist so gewollt von James, weil er möchte, dass sein Spiel auch getestet werden kann und wenn ihr das Spiel schon immer mal ausprobieren wolltet, dann ist das jetzt die beste Gelegenheit, ohne dass ihr Geld erstmal investieren müsst, ihr könnt da einfach reingucken, die Regeln habe ich auch integriert, ihr könnt einfach ein Match spielen, die Regeln kann man auch nochmal runterladen auf der The Drowned Earth Webseite und wie gesagt, das wird auch noch erweitert mit den anderen Fraktionen und das wird auch weiter jetzt betrieben auf dem The Drowned Earth Discord gibt es auch einen eigenen Kanal, wo man sich treffen kann, dann per Voice Chat kommunizieren kann, miteinander spielen kann und so und das ist finde ich eine super coole Sache, dass der James das auch mit unterstützt hat, weil ohne den hätte ich das einfach nicht gemacht, hätte ich das nicht machen können, weil ich die Materialien dafür nicht gehabt hätte, aber der unterstützt das selber sehr arg und ich finde das richtig toll und wollte ich nur mal sagen, also ich verlinke euch das natürlich alles, was ich genannt habe, also den Discord, The Drowned Earth, das Modul und sowas verlinke ich alles in der Videobeschreibung, das ist ab jetzt verfügbar und ja, wenn ihr in der Richtung irgendwelche Wünsche noch habt oder sowas, ich kann da auch immer noch Sachen ergänzen in der Mod und das macht mir auch sehr viel Spaß, also schreibt da gerne auch, wenn ihr euch noch irgendwas bestimmtes wünscht oder sowas, mache ich gerne. Ja, das war es jetzt erstmal, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt und sagt weiter, dass es den Kanal gibt, das hilft mir am meisten und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann am nächsten Freitag zu meinem Star Wars Legion Spielbericht, nachdem ich jetzt so viel geschwärmt habe von dem Spiel, muss ich natürlich auch was davon zeigen und ansonsten, ja, erstmal noch eine schöne Woche, bleibt gesund und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!